Liebe Wählerinnen und Wähler, mein Name ist Andreas Gieseke. Ich bin Ihr Spitzenkandidat für das Bündnis Andreas Gieseke. Ich bin Ihr Kandidat. Ich brauche nur fünf Stunden Schlaf. Wählen Sie mich. Und ja, Markus Lanz hat es bereits angesprochen. Ich habe im Übrigen auch ein sehr lesenswertes Buch geschrieben. Viele deutsche Unternehmen und Führungskräfte des deutschen Mittelstands haben an unseren Infoständen teils von massiven Problemen mit ihrer Homepage berichtet. Sie haben Websites ohne zielgruppenorientierte Inhalte. Sie sind für Suchmaschinen und Kunden gleichermaßen vollkommen unsichtbar. Andere wiederum drehten lustige Imagevideos mit ihrem neuen iPhone. Aber, und ich sage das in aller Deutlichkeit, liebe Wählerinnen und Wähler, Content is King, auf die Inhalte kommt es an. Ja, Frau Dr. Merkel hatte recht. Das Internet ist Neuland für uns Deutsche und manche Menschen sind sich noch nicht so ganz sicher, ob sich das mit dem Internet durchsetzen wird. Aber ich sage Ihnen auch in aller Offenheit, Facebook ist kein Buch über besonders schöne Gesichter, Algorithmus ist keine Herzkrankheit und Instagram ist keine Maßeinheit, liebe Freundinnen und Freunde. Wir müssen uns doch da ganz ehrlich machen. Baustellenschilder vor deutschen Websites, Fehlermeldungen wie diese Website ist nicht sicher oder hier entsteht eine neue Website sind doch an der Tagesordnung. Von fehlenden gesetzlichen Pflichtangaben im Impressum oder einer Datenschutzerklärung will ich hier gar nicht erst reden. Die Oppositionsagenturen locken die Wählerschaft mit verwackelten Videos, mit völlig leeren Worthülsen und dem uralten Seite 1 Platz 1 versprechen. Manager haben an unseren Infoständen geweint. Sie hatten Ringe unter den Augen von der nächtlichen Arbeit in ihrem Homepage-Baukasten. An dieser Stelle muss ich mich deutlich an die Opposition wenden. Wer war denn für Websites verantwortlich, die zum letzten Mal vor fünf Jahren aktualisiert wurden? Das ist so 2019. Es waren doch Sie von den Oppositionsagenturen. Wir müssen doch schon aus moralischen Gründen unsere Wählerinnen und Wähler vor den Mitbewerbern schützen. Es waren doch wir, die den Innovationspreis von Hannover Impuls für unsere Weblösungen erhalten haben. Wir haben doch bereits im letzten Winter darauf hingewiesen, dass diese Tage im Sommer deutlich länger werden. Katzenvideos bekommen mehr Klicks als ihr langweiliger Unternehmensfilm. Sie suchen noch Mitarbeiter in Zeitungsanzeigen. Sie schreiben Werbetexte mit fünf Kommata. Das alles will der Kunde. Das alles will der deutsche Mittelstand doch nicht mehr, wie ich finde. Sie haben eine fancy Werbeagentur in attraktiver Innenstadtlage und zahlen gerne die Parkgebühren für die Tiefgarage nur drei Blocks entfernt. Sie werden von hippen Freelancern im Coworking-Space beraten? Junge Hipster mit schwarzen T-Shirts und Hornbrille sitzen in Glaskästen und verwalten ihren Werbeetat? Dann ist es jetzt Zeit für den Wechsel. Und es ist Zeit für einen Denkwechsel. Bei uns werden Sie von Marketing-Experten und erfahrenen Kaufleuten beraten und nicht von Künstlern mit sechs Silvestern auf der Akamie. Der Kölsche Kollege sät. Bachelohr. Das hieß früher abgebrochen, liebe Wählerinnen und Wähler. Wir als Bündnis Andreas Gieseke, wir müssen jetzt geschlossen zusammenstehen, innovative Marketing- und Werbelösungen für den Mittelstand präsentieren. Wir werden mit Videos mehr Sichtbarkeit schaffen. Und, liebe Frau Illner, wenn ich das noch in einem ganz kurzen Satz sagen darf, wir müssen vor allem technologieoffen diskutieren. Der Mittelstand bekommt jetzt umfangreiche Statistiken und eine enge Kommunikation, mehr Transparenz und mehr Erfolgskontrolle. Clevere Marketinglösungen werden eben nicht mehr nur für Besserverdiener erschwinglich sein. Wir werden die wichtigen Themen besetzen. Marketing, Werbung, Kommunikation. Der Mittelstand kann auf uns zählen. Die Menschen in diesem Land wollen den Wechsel. Schluss mit dem Weiter-so, Schluss mit dem Kaputsparen von Marketingbudgets. So, liebe Wählerinnen und Wähler, jetzt haben Sie sich ein Bild von mir gemacht und jetzt mache ich mir noch ein Bild von Ihnen. Sieht gut aus. Ja. Alle Infos wie immer unter diesem Video. Ja, ringsum dieses Video. Neuland. Frau Dr. Merkel, Neuland. Wählen Sie das Bündnis Andreas Giesecke. Ich bin Ihr Kandidat. Ich brauche nur fünf Stunden Schlaf. Wählen Sie mich. Ich verabscheue mich. Auf Wiedersehen.